Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay, Call of Duty, Black Ops 1 mit mir, alle Woche 1993, auf dem App Hanoi, im Spielmos, DeepTest Match, ja. Ja, diese Woche mal ein bisschen DDM, ich hab jetzt, ich hab einen Server, ähm, mit ein paar Regeln, aber die Regeln sind nicht so schlimm, und ich würde sagen, das ist eine Map, ich sag nochmal, Galil, ich hab, ja, vergessen mir neue Klassen zu machen, tut mir sorry, aber hey, das wird schon. Galil SD ist auf Hanoi, definitiv gar nicht mehr so praktisch, ja, TDM, jeder kennt's, jeder spielt, und meine Fresse, warum kriegt der jetzt Schluck auf? Das ist nicht so schön. Ja, was für Rules hat der Server? Ganz einfach, man darf kein, ähm, Chopper Gunner haben und kein Gunship, also praktisch die beiden höchsten, neben Hundestaffeln, die beiden höchsten, ähm, Killstreaks. Gut, gut, es kann man definitiv machen, ist nicht nervig, aber finde ich ein bisschen schade, weil man so ein bisschen in die Dingens eingreift, in die Killstreaks. Aber gut, ja, wenn man die halt, also wenn die Leute jetzt halt nicht haben möchten, kann ich auch nichts daran nennen. Mh, ja, das Problem ist auch so ein bisschen, dass irgendwie Camper nicht sind. Tschüss. Wir machen uns halt so, mein Gott, ich hab mich grad gewundert, na nuke. Okay. Easy. Okay. Oh Mann, das... Oh Mann, ey, so kann man's mal machen. Kann man... Oh Mann, ey, kann man mal machen. Was? Nicht schlecht. Er kann man, aber das kann man definitiv mal machen. Oh Mann, ey. Er blockt halt und ich hol mal alle weg. Oh Mann, ey. Ey, das kann man echt mal machen, ohne Scheiß. Aber ich frag mich, wie die auf so eine Idee gekommen sind. Ach nee, Teamkills gehen ja nicht. Das heißt, ist in der Hinsicht ein bisschen kacke. Äh, aber trotzdem. So. Da sitzt... Ich wollt grad sagen. Hier sitzt doch immer einer. Und ich bin eigentlich da recht gut. Alter, zum Glück hab ich nicht so ne Vollfasten. Fuck. Aber... Aber so ein... Oh Mann. Oh Mann, Alter. So was kann man aber mal machen, definitiv. Äh, ja. Jetzt haben wir... Ich hab mich schon gewundert, wieso stehen die denn alle da so behindert umher... Leute, ich krieg ihn halt nicht. Oh Mann, Alter. So ein Kill kann man definitiv mal machen. Ah, fuck. Ja, das Problem ist halt, normalerweise dürfen hier keine Leute kämpfen. Ich weiß halt nicht, wie sie machen. Äh, ob die nach einer Zeit gekickt werden oder so. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist ein Mate. Und von daher kann ich das euch nicht... Fuck! Sagen. Und dieser PS Masters, ich weiß es nicht. Der spielt... Der... Er spielt normal. Er hackt nicht, aber ich mein mit der spielt komisch. Der hat halt einfach so viel Lack in manchen Sachen. Ohne Scheiß jetzt eben. Diese Triple Nade. Das, ähm... Das Game davor war auch schon so... Ähm... Einfach nur... Mehr Lack als Verstand hatte der Kollege. Ist einfach so. Ähm... Also was der manchmal für Kills rausgehauen hat, ohne Scheiß, Mann. Das war echt viel, viel Glück damit bei. Und... Ich würde auch ganz gerne mal... Wollte ich gerade sagen. Ich würde auch ganz, ganz... Ganz, ganz gerne mal wieder einen Kill machen. Ähm... Achso, das ist meine. Ey, das hat mich gerade volle Sau irritiert, dass das... Ah, Mann, ey, das war meine. Ich habe auf meinen eigenen Make geschossen. Das hat gerade so megamäßig irritiert. Äh... 17,6. Der Paul. Ich weiß nicht, der Paul. Ich habe keine Ahnung, ob der am Campen ist oder sowas. Das war schon mir knapp. Ähm... Ob der am Campen ist oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den da... In dem Game davor auch. Äh... Kaum... Was? Kaum gesehen? Okay, dass man das so springen kann, das ist mir... Das war mir komplett neu, dass man so komisch springen kann. Äh... Auch eine gute Geil. Ey, ich kriege jetzt gerade nur für Fresse. 18,8. Holy shit. Also, ich weiß nicht. Äh... Die Leute spielen hier auf jeden Fall definitiv merkwürdig. Das kann man nicht anders sagen. Die spielen hier super eigenartig. Normalerweise wird gesagt, Die dürfen hier nicht campen. Denn hast du aber hier viele, viele Camper mit drinne, Die dich irgendwie einfach nur abranzen wollen. Äh... Hä? Sehr bunch of slutdroppers. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ja, daher. Das finde ich eigentlich schon merkwürdig. Scheiße, den kriege ich jetzt nicht. Äh... Ja, der Sokirant facht... Wie? Nee, der ist tot. Und ich habe ihn. Ist ein... Au! Ah, scheiß Balken. Ja, neben mir steht ein... Ähm... Balken. Da habe ich mich gerade vor sie gestoßen. Ja, 20, 8. Ähm... Kann man auf jeden Fall mal machen. Wo dieser Paul schon hier war. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Das war ein Team Deathmatcher neu. Und der Anfangskill. Das waren... Das waren 6er. Das war einfach nur zu geil. Und ich würde sagen, Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich bin allerwach. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.